jetzt nicht brauchen ich bräuchte ja wirklich noch so ein Feld und so für die Schafe und so ein Kuh-Ding auch äh Kuh-Ding Kuhstahl Kuh-Ding ich bin total beschugge so bäm 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 und ich würd mal sagen da ist hier ein geeignetes Plätzchen für na und mach ich gleich den Sam-Scheiß nochmal dann können wir uns die Nahrungsmittel endlich mal oder haben wir mal äh 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 wie soll ich sagen ein Mensch kann sich nicht nur vom Brot ernähren wir sind ja keine äh Vegetarier ein Vegetarier ist meinem Essen das Essen weg deswegen machen wir uns wichtiges Essen und ich hab lieber einen Schnitzel im Magen als einen blöden Salat Salat macht mich ja nicht satt also äh hier so wildes Rumgeklicke was soll man machen bei diesem Terraforming immer na na haut heute nicht ganz so hin wie ich will aber die Framerate ist jetzt endlich stabil das ist schön zu sehen so es fällt wird dann bis hier gehen dann buddel ich hier noch ein bisschen aus so ungefähr ja sieht sieht schnuckelig aus so jetzt hau ich hier mal das Gras weg scheiß Gras hoppala die Erde hätte drin bleiben dürfen bin ich mal so der Meinung dass die drin bleiben hätte dürfen aber was hilft ab und zu ist man doch schneller als man dachte so bam 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 scheiß Gras hier und ne Wollzucht könnten wir auch endlich veranstalten gut aber Wolle hab ich jetzt glaube ich eh äh genug weil brauch ich nicht mehr Teppich ist ja fertig im Lagerbereich müsste ich eigentlich noch gucken was ich hier da verbrat und so aber das kommt alles noch kommt Zeit kommt Rat so bei Minecraft muss man echt immer überlegen was man machen soll und es soll ja am Ende auch gut aussehen und jetzt verbrate ich halt hier mal die Erde dass ich endlich mal die Kiste freikriege und die wegkriege da wo sie steht und was bietet sich eher an als wieder äh ne Stallion kann man nicht sagen äh ein Gehege für Viechers zu machen welche reinkommen weiß ich noch nicht ich will die ein bisschen trennen da hat man eher die Übersicht und so aber ich will sie jetzt nicht übertreiben könnte nur zu bösen Lacks führen also ich mach das wirklich nur für Eigenbedarf und das Weizen wird jetzt hauptsächlich jetzt verbraten dass wir züchten können so für den Anfang zumindest dann müsste ich fast wieder eine Bauernrunde machen hoppala so dass ich äh noch genug Weizen hab aber erstmal viel genug Viechers in mein Lebkuchenhaus locken so zack 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 so da ist wieder ein Stack zu Ende gut dass ich so viel Erde hab so aber zum Schluss aus muss ich doch muss ich doch versuchen die Sachen ein bisschen abzurunden weil das doch ein bisschen klotzig auszieht gerade so so aber eine Reihe geht hier noch so bam 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 zack 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 nein das funktioniert natürlich nicht Rückwärts laufen funktioniert da eher. So ungefähr. So. So wollte ich das. So. Schon wieder Ende der Erde. Ach, da war noch ein Stack Erde. So. Dann baller ich hier auch gleich rein. So. Oh, mal nie. Lied, das wir mal, glaube ich, noch nicht gehört haben bei meinen Let's Play. Mich wundert es. Ich habe 42 Stunden Playlist drin. Aber andern hört man dieselben Lieder. Ich finde es komisch. Obwohl ich noch nicht mal annähernd 42 Stunden mein Let's Play laufen habe. Habe ich doch einige Lieder schon doppelt und dreifach gehört. Im Let's Play. Allein. So höre ich es auch ab und zu mal, aber eher selten. So, ich muss hier echt versuchen abzurunden. Sieht ja echt kacke sonst aus. Ah. Du Block musst weg. So, jetzt machen wir hier mal alles schön. Ich will ja nichts schön reden. Sondern schön bauen. Drecksgras. Ich könnte mich aufregen. So. Tue ich aber nicht, weil ich gut gelaunt bin. So. Spielen wir mal wieder Rasenmäher. Nnennennennennennennennen. So. So. Sieht ja schon mal noch was aus. So. Ne, da lasse ich es so. So. Bisschen Natürlichkeit rein. So. So. Ich tippe mal auf Megaman. Irgendwelchen Teil. Ich seh grad nicht auf mein, mein Ding hin. Auf mein Player. Weil ich immer noch mit einem Monitor nur spiele zur Zeit wieder. Und solange wie Winter ist, wird sich das auch kaum ändern. Dass ich hier mit einem zweiten Monitor spielen kann. Ich bräuchte auch dringend endlich mal einen zweiten Computer, dass ich auch mal was rendern kann und gleichzeitig was aufnehmen. Oder hochladen und gleichzeitig spielen. Könnte ich zwar jetzt auch, aber nicht jetzt hardware intensive Spiele. Sieht relativ natürlich aus, wenn ich hier jetzt noch ein bisschen rummäkel. Aber solange Winter ist, wird das nix, weil ich in mein Computerzimmer nicht rein kann, weil es so arschkalt da oben ist, dass aus ist. Alter, du gehst mir auf den Sack, Megaman. Ne. Black Magic. Warte, jetzt mach ich noch ein Stück leiser. Dann geht mir die Mucke nicht ganz so auf den Sack. Und es wird dunkel. Ich leg mich mal lieber schlafen. Bevor mich irgendwas heimtückisch anfällt. Sonst ist Spum. Der will immer gerne Tusch macht, aber so laut, dass man, dass einem das Trommelfell wegplatzt. So. Hingelegt. Schlafen. So. Und weiter geht's. Na, lauf, Junge, lauf. Ist ja kein Krüppel. So. Ich hab das Haus fast ein bisschen überdimensioniert. Das muss ich ja auch noch irgendwie mit Leben füllen. Da, Spinne. Hier hau ich einen vor den Latz, weil ich gar Bock drauf hab. So. Bisschen Spinnenseite, paar IP. Und was zum Fressen bräuchte ich auch. So. Erde. Hier sieht's noch ein bisschen komisch aus. Deswegen klotz ich hier mal. Ah, scheiß Gras. Weg mit dir. Bin fort. So, da kommt ein Block rein. So. Nein. So, sieht schon besser aus. Ich glaub... Uah. Da haben wir noch so'n Ding hier. Da noch. Ja. Ja. Wunderschön. So. Ist jetzt ein bisschen langweiliger, aber was soll's. Das ist mir scheißegal. Hauptsache ich hab Spaß. Ne, so ist es jetzt auch nicht. Äh. Ich komm eigentlich kaum noch so privat zum Spielen. Ich spiel eigentlich nur noch mit Aufnahme. Wenn ich privat spiel, dann ist es eigentlich mit meinem Kumpel und da könnte ich gar nicht aufnehmen. Könnte ich schon, aber... Äh. Ich kann nicht immer irgendwie aufnehmen. Komm, dann müsste mein Kumpel auch jedes Mal quatschen. Und... Ja, bisschen privat muss ja auch mal sein. So. 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 Aber so ich für mich selber daheim, komm ich gar nicht mehr zum Spielen. Wirklich nur für meiner eine. Ich zock aber auch mittlerweile extrem gern mit. Äh. Mit Aufnahme. Weil ich das jetzt fast schon gewohnt bin. So. Äh. Zäunchen. Habe ich hier noch Zaun? Nein. Dirty Harry kommt hier wieder rein. So. Aber privat komm ich echt nicht mehr zu und... Gut. Gelegentlich mal ein bisschen kurz und so. Aber dann auch mehr so Spiele, die wie es, äh... So, so Pille-Palle-Spiele, die wie mal schnell durch sind und so. Kurz mal an der Nase kratzen, mal wieder. So. So. Aber nix Ernsthaftes und... Keine Ahnung. Ich find's nicht schlimm. Ich mach gern Let's Plays. Es... Ist zu nem extremen Hobby von mir geworden. Und jetzt hab ich momentan die Zeit... Wieso bleibt immer ein beschissener Stiggy über? Kann mir das jemand sagen? Und darf ich raten, ich hatte noch Fensters. Natürlich. 17 Stück. Immer rein damit. Eisener haben auch jede Menge. Da müssen wir so bald mal nicht auf große Tour gehen. So. So. Dann mach ich hier mal... So ans Eck.